Wir von der Westenergie Telekommunikation verbinden Menschen und Systeme für ein ebenso nachhaltiges wie zuverlässiges Energiesystem. Unser Team ermöglicht eine reibungslose Kommunikation zwischen Systemen, den Komponenten unseres Verteilnetzes, den Anlagen erneuerbarer Energien und unseren Kolleginnen und Kollegen. Im Stromnetz ist ein permanentes Gleichgewicht zwischen Energieerzeugung und Energieverbrauch unverzichtbar. Dazu sind die Netzleitstellen im Stromverteilnetz ständig mit den Umspann- und Erzeugungsanlagen für erneuerbare Energie über das Westenergie Telekommunikationsnetz verbunden. Nur so hat die Netzführung alle Bereiche ihrer Netze im Blick, kann den Stromfluss jederzeit messen, bei Bedarf verändern und sicher steuern und auf Störungen schnell reagieren. Sollte es einmal zu einer Störung im Stromnetz kommen, wird diese über unser Telekommunikationsnetz an das Netzleitsystem gemeldet. Der Netzführer setzt sich dann über unsere Leitstellentelefonie mit dem Netzmonteur in Verbindung, der sofort zur Störungsquelle fährt. Damit der Netzmonteur gefahrlos arbeiten kann, ist er mit dem Netzführer permanent telefonisch verbunden. Mit unserem Kommunikationsnetz sind wir auch auf eventuelle Krisensituationen perfekt vorbereitet. So ermöglicht es auch bei einem totalen Stromausfall und das sogar über mehrere Tage hinweg eine zuverlässige Kommunikation innerhalb des Netzbetriebes. Komplexität und Bedeutung unserer Kommunikationsnetze steigen in dem Maße, wie die Energiewende an Fahrt aufnimmt und die Automatisierung der Netze weiter vorangetrieben wird. Laufend wird eine Vielzahl erneuerbarer Energien, vor allem Windkraft- und Solaranlagen, in das Stromverteilnetz integriert. Damit wächst auch unser Telekommunikationsnetz ständig weiter. Wir halten es deshalb nicht nur stets auf dem neuesten Stand der Technik, sondern passen es auch laufend an die steigenden Anforderungen aus dem Stromnetz an. Fakt ist, die Funktion und Leistungsfähigkeit des Energienetzes hängt unmittelbar von der Telekommunikation ab. Zentrale Überwachungs- und Steuerungsstelle für sämtliche Telekommunikationsdienste, Telefon- und Datenverbindungen im Stromnetz ist das Smart Grid Operation Center. Hier hat das Team der Nachrichtentechnik alle Telekommunikationsdienste stets im Blick, um einen störungsfreien Betrieb und Anschluss von immer mehr Erzeugern erneuerbarer Energie an unser Stromnetz zu gewährleisten. Wir ermöglichen also nicht nur die Anbindung, Überwachung und Steuerung von Anlagen für konventionelle und erneuerbare Energie, sondern auch moderne und komplexe Schutzsysteme für das Energienetz. Außerdem sorgen wir dafür, dass alle unsere Kolleginnen und Kollegen sowie die technischen Systeme stets sicher verbunden sind. Das ist unser Beitrag für eine erfolgreiche Energiewende.